Moin ich möchte euch heute kurz mein Bladetech vorstellen das ist das das Bladetech Wagner Professional Hunter Lite das Pro Hunter Lite entwickelt Design von Tim Wagner das ist der der Besitzer von Bladetech und die stellen Messer her und unter anderem ganz viel Hightech Kunststoff Materialien für viele andere Messer herstellen für viele andere Messer Hersteller wie zum Beispiel Spyderco und Kurshow und so weiter und das möchte ich euch mal kurz zeigen, demonstrieren und ja ein paar Schnitt Tests mitmachen das Design ähnelt sehr dem Spyderco Ocelot das liegt daran, dass Tim Wagner beide Messer designt hat und das hat eine super Handlager ja 440C Stahl gefällt mir ganz ausgezeichnet das Messer so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, 440C Star und nochmal gucken, das war ja jetzt doch relativ graviat. Moment, ist immer noch relativ scharf, wartet mal kurz. So, also ich habe das jetzt ganz kurz über den Fetzstab gezogen. Und, ja, also ihr seht, das ist wirklich noch echt ziemlich scharf. Ja, ich kann euch das Teil wirklich nur empfehlen, kein Blut, keine Angst. Die Tomaten werde ich übrigens für mein, das wird ein veganischer, ein veganischer, ein griechischer Nudelauflauf mit griechischen Nudeln. Und da kommen halt eine Menge Tomaten rein. Ja, also, klein Problem, super Messer, liegt super in der Hand, 440C Stahl, hat hier noch Chimping und hier noch, damit kann man dann wirklich super kontrollierte Schnitte machen. Hier unten auch nochmal ein Fingergarten, da ist dann wirklich ganz tolles Arbeiten mit möglich. Alles klar, das war's. Bleibt gesund, Peace. Ich bin raus.